so gelb hat gewonnen was geht schon los ich bin noch gar nicht bereit dazu was ist mit niniline los ich hab auf die falsche farbe geguckt direkt zum anfang ich glaube du bist blau wer ist nicht wer ist jetzt welche farbe wer ist welche farbe sagt man sagt man bitte wer jetzt der prof ist blau der prof ist glaube ich bin scheinbar ich bin scheinbar grün ja und jetzt ist nur noch blau und dichter also modi ist gelb modi ist gelb nein nein ist rot modi hat gewonnen ich kann das spiel noch nicht ja zum beispiel dass modi gewinnt da war ja keine plattform da war gar keine plattform vorhanden ich bin ich dachte ich werde blau gerade gar nichts geladen okay 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 modi hat gewonnen bei mir hängt sich gerade alles auf wollen wir es mal neu starten ja someone is loading ich glaube wir können gerne warten bis alle da sind könnt ihr euch bewegen wie wärs mit einem neustart ich bin rot oder was ich bin immer rot 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 ich bin tot so beginnen wir die aufnahme einfach von vorne wir tun jetzt so als wäre nichts gewesen ja natürlich so modi hat gewonnen so erste runde ich kann das spiel immer noch nicht ich habe das ding ich habe gewonnen was ist los mit diesem spiel ich kann mich nicht bewegen ja eine stunde später ich bin grün ja und er kriegt direkt auf die fresse zwei sekunden er hat zwei sekunden ich mag das spiel so los geht's vielleicht klappt es diesmal ich bin grün oder ich bin grün oder wer ist rot wer ist rot wer schießt mich da gerade bist du rot der host ist immer gelb süber ist vielleicht diesmal ich liebe dieses spiel ich bin immer noch grün ich begehe selbstmord ich bin nicht gestorben aus irgendeinem grund bin ich nicht gestorben ich lebe noch leute ich lebe noch aus irgendeinem grund ich liebe scheinbar nicht mehr es hat bloß ein flatsch gemacht hinauf schiebt mich hoch ich bin tot blau gewinnt ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch nicht mehr ich habe noch nicht gewonnen ich bin bisher nur gestorben ich bin bisher nur gestorben er hat freigeschaltet er hat den Speer nein die mächtigste Waffe oh nein die mächtigste Waffe im ganzen Spiel der ist eigentlich gelb jetzt hier ich weiß es nicht blau ist noch unterwegs ja das bin ich nicht mehr lange ich krieg dich Mordi was wie konntest du da entkommen geh zum Henker Mordi wie konntest du meinen Schuss äh was ich weiß nicht mal was hier gerade passiert hier leckt alles jup das Spiel funktioniert super das Spiel funktioniert super ich stelle fest das Spiel funktioniert super und ich gewinne andauernd wo muss das sein wo muss das sein nice mein erster Sieg mein erster Sieg mein erster Sieg ne weil alle anderen ich klicke einfach nur wild rum und gucke was passiert ich wurde gelasert das Ding hat mich in den Fuß getroffen ich wurde gelasert kein Fuß kein Leben ne da ich hatte ne Waffe irgendjemand hat mich ermordet ja victory in das kann er ja ja prima ich glaube ich habe mich selber gelasert ich bin auch bin ich hingeflogen ich weiß es nicht ja ich liebe dieses Spiel ich bin tot jeder liebe dieses Spiel oh nein ich bin weg und es fällt jetzt ein Punkt habe ich einen Punkt habe ich schon ein von der Affe erhöht nein ich will nicht sagen ich habe keine Ahnung wie ich ich habe die beste Farbe ich bin ich bin immer noch grün ich stehe hier einfach und schieße ich brauche die Waffe ich brauche die Waffe ich brauche die Waffe ich bin tot Geld lebt noch Geld lebt noch Geld lebt noch ha ha hoff dich kriege ich ich mach dich alle ha ha gg Punkt 2 ich soll aber echt mal was gegen Nini tun mal ernsthaft die hat neuen wie schoss 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 ähm was Nini lein ich werde einfach hier oben warten und springen nice ich hab was gegen Nini lein getan ich hab was gegen sie getan tun wir mehr gegen Nini lein alle auf sie ach alle gegen Nini lein was hat dich getötet weil du es denn dies hast dies nur alle gegen rot 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 ich krasse einfach aus ich bin tot ich bin tot boah der Jordan ha 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 ja gut mit der glue gun hätte ich sowieso jetzt nichts ausrichten können also ich würde sagen ich würde sagen Nini lein hat ganz klassisch klassisch verloren ist die schlechteste hier die stärkste Woche ins Spiel ja boop boop ja boop boop oh Gott diese Map ich bin immer noch grün wooo 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 schon geschossen was was ist jetzt passiert ja ja kann mal jemand Nini lein töten ich versuch's ich glaub sie ist tot okay molly gewinnt erledigt alle ging rot ich lebe noch nicht mehr nein ich bin nicht mehr nein gewinnt schon wieder verdammt auf sie auf sie ich bin irgendwie aus dem Witt raus mit Waffenspawn auf High wird das doch sehr hyperaktiv das ganze Jahr ja zum Glück habe ich vorher Kaffee getrunken ich leb noch ja ich leb noch ich leb noch nice das Ding hat der Rückstoß ja ja noch leb ich modi modi ich krieg dich nein nein verdammt blau gewinnt das war doch nur eine Millisekunde huha geschenk huha noch leb ich noch leb ich noch leb ich still alive lebe ich noch ich nicht mehr ha 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 ich habe durch Stehen gewonnen ich glaube ich bin der Beste hier also ich würde sagen ich bin der Beste nein die Kanatten ha 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 oh nein was ich habe nicht ganz verstanden was passiert ist ähm ich verstehe das die ganze Zeit nicht ähm es ist bin hier die ganze Zeit raus yay ausrufzeichen 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 ha 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 das tue ich auch ha 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 so ninlein lebt noch modi 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 erledige sie ich auch aber ich habe einen Vorteil du musst die du musst die Kette über ihr abschießen dann ist er weg ich weiß ich versuch's ja ha 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 ich möchte das nur mal hoch es ist faszinierend mir das ja beim hüpfen zu sehen ja ah na komm alle gegen ninlein ha 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 vog glaube das könnte ne lange Runde werden Jop Wir schauen euch aufmerksam dabei zu ich stehe wieder jop das heißt ich gewinne ah ha 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 Es ist sehr unterhaltsam, es ist wirklich sehr unterhaltsam, muss ich wirklich so sagen. Nein! Nein! Oh nein! Verdammt, der Glücksspitz! Alle auf einer Plattform. Ich hab den Speer! Uh, die Plattform verschwindet. Ich sag doch, der erste Waffe im Spiel! Grün gegen Rot, Grün gegen Blau, Grün gegen Elb! Das war's! Das war's! Ich bin nach wie vor der Beste hier! Ich kenn die Map irgendwoher, ich weiß nicht warum! Was? Ne, woher kennst du das? Ich weiß es nicht! Ich bin tot! Ich hüpfe! Ich bin tot! Und ich hüpfe! Und ich hüpfe! Und ich bin tot! Ich bin längst tot, aber ich hüpfe immer noch! Bei mir hüpfst du nicht! Nein! Uh! Ich bin tot! Uh! Und ich bounce! Mein Stickman hüpft auf und ab! Das ist... Ich bounce! Ha! Ha! Gute Arbeit! Meine andere Map hier! Ich hab die Waffe! Ja! Nindein ausschalten! Ja! Die eine Waffe, die es dir gibt! Ich hab die andere! Muss Nindein ausschalten! Ja! Warte dann! Ich lebe noch! Nicht mehr lange! Ich bin weg! hit! Ah! enteringacity! Nein! Nein! 倍. Dennisémit... ... jetzt hab ich mich selbst getötet! Oh, ich hab mich selbst seit alc mehr genug! Jupp! Ich lebe noch 눈idein ist noch am nebenctionslig! das war klassischer suizid was ich liebe noch ich auch noch gewonnen mit fünfter punkt stirbt alle ich bin noch nicht ich versuche gerade auszuschalten wird das gehen natürlich natürlich da sollte man nicht drunter gehen nein nein ich bin in sicherheit ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich bin hier oben ich bin hier oben verdammt Mensch Mori ich hätte das übernehmen können ich hätte das übernehmen können verdammt ich bin tot scheint so eiskanone gegen feuerkanone ach nein das ist die die timebubble und du hast dich selbst drin gefangen ich hab mich selbst drin gefangen das ist sehr gut nein 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 der prof steht noch dort das gibt's doch nicht höhe kann man zumindest aufs ausweichen geschafft jup ja nini land schon wieder ich sag dir ich hab gewonnen ich dich auch nini nein ich lebe noch irgendwie irgendwie ich hab gewonnen ich hab gewonnen Zwingfürst L hat gewonnen ich heiße Zwingfürst L das ist mein Name die Plattform verschwinden ich bin tot nein ich lebe noch 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 nein jetzt nicht mehr ah verdammt ich bin immer noch der Beste hier ich bin eindeutig der Beste hier ich glaube ich bin der Beste hier im Spiel ja eindeutig das ist alles super flüssig boah jetzt läuft alles stabil das ist doch egal dass ich aus irgendeinem Grund Workshop-Maps drin hatte ich weiß nicht sag das mal lieber nicht zu laut weil sonst passiert es noch ja oh Mist ich bin rausgeflogen tja nein äh was zum Henker was passiert hier nein ich gewinne ich sehe es ich habe eine Waffe ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch nice nice mein 17 Punkt diesmal weiß ich aber was zu tun ist sicher einfach irgendwas jedes Mal auf dieser Mensch NiniLine schon wieder NiniLine wie kannst du das überleben wie kannst du das überleben NiniLine ach fuck was ich bin gerade mit dem Schild in der Hand gestorben ich liebe dieses Spiel was NiniLine NiniLine ich bin gleich nochmal was tf an dieser Kette? Eigentlich schon. Nein! R-Horn.W-A-V Müssen wir im Schnitt einfügen. Als ob du keine R-Horn.Wacht-Datei hast. Waaah! Warte! 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 Ja! Hast du gerade gerappt? Ich glaube nicht! Es klang aber so! Oh! Ich brenne! Ich debe aber noch! Ich brenne! Ich brenne aber ich debe! Ich brenne aber ich debe! Ha! Ich hab mich selbst gekillt! Der Rückstoß auf der Fülle! Nein, 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 schon wieder! Ja! 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 Ja!